Du solltest Gott danken, Memme, dass du zum ersten Mal etwas in deinen Hirnkasten kriegst. Oh, Gott sei ewig, danke. Er wird witzig. Wie weit kamst du mit dem Mädchen? Bekenne. Wie weit kamst du mit ihr? Ich drücke ab oder bekenne. Du bist des Todes oder bekenne. Ich ermorde dich. Oder? Ich sah sie nie. Ich kenne sie nicht. Ich weiß gar nichts von ihr. Das Mädchen ist mein. Lass mir das Mädchen. Das Mädchen ist mein. Die Vermeldung ist ewig. Das Mädchen ist das Mädchen, der ist das Mädchen. Wo? Mein Vater? Ich verfluche meine Härte. Ich bin gekommen, dir abzubitten. Abbitten? An mir? Diese Müllerin, Vater. Ist ein edles, ein liebes Mädchen. Ich widerrufe meinen übereilten Verdacht. Sie hat meine Achtung erworben. Was? Auch sie? Sie? Vater. Auch sie. Diese Müllerin, Vater. Ist es wert, meine Tochter zu sein? Meine... Grundsätze weichen deiner Liebe. Sie sei dein. Das fehlte noch. Leben Sie wohl, mein Vater. deveus zu essen? Notけれижу. Düstere Motion. Ja, nicht auf weiß Verlager. Aber zyou können meinen? Ich bin cuest invade, keine Bedingungen. Recht, recht. Ich entsinne mich. Die arme Geigers Tochter, wovon neulich die Rede war.